Wo kommen wir denn nun drauf zu? Morrentin. So, Morrentin erstmal links ran. Schwichten. Zumindest erstmal in Morrentin diese Hänge. Abseits der Hauptstraße und hier gab es gelbe Farbe. Prima. Hier dann noch hübschen Mädels. Morrentin. Und hier Plattenbauten. Gibt es hier auch. Ein bisschen angekugelt alles. Hier hinten auch noch ein bisschen. Reihenhäuser à la carte. Morrentin. Was machen wir nun? Ich denke mal hier wieder zurück. Einmal so ein Kreis fahren. Was reicht denn auch? Hier, was hat er denn da neu gebaut? Was spielen die da? Die Knaben. Fußball. Ein Mädel auch. Kann also auch. Hier alles. Natur angelegte Wiesen. Scheint nur ein bisschen viel Natur zu sein. Sicherettenautobaten direkt an der Parkbruch. Und hier. Wo soll es sein? Sommerdorf und Lesinger. Ist da hinten? Da geht es jetzt zum See. Yeah. Beide müssen nicht alles sehen. In Ferchen waren wir ja schon. Das reicht denn ja. Quarantin. Oh, tschüss.